WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Rekord's title for the longest vehicle drift in an electric car. I am here to verify the evidence to witness the attempt from Guinness World Records' perspective. I also have Denise Ritzman here. She is a vehicle and drifting expert, giving me her very professional opinion. She is a very accomplished driver. We are here to witness the Guinness World Record attempt by Dennis Rittera of the Porsche Experience Center Hockenheimring. He is attempting the longest vehicle drift in an electric car. The road here is extremely difficult because there are different grip conditions. So I am very excited how he does it. This is a pilot. This is a pilot. This is an event There are two different ones. Schade, 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 schade. Sehr cool. Schade, schade. Die Sache ist, dass man die Fahrt nach hinten rauskommt. Man kann das mit viel Kraft benutzen, weil es ein Fahrrad ist. Aber wir versuchen, dass es so effizient ist. Ich benutze die Fahrt nach vorne, um ein wenig Kraft, um es nach hinten rauskommt, und dann ist es wirklich effizient. Selbst wenn ich ein großer Angle hatte, dann habe ich die Fahrrad ein wenig, und das Fahrrad hat mich mehr oder weniger. Alles, was ich die Fahrrad hat mich immer mehr an. Ich hab' die Fahrrad hat mich immer an. Ich hab' die Fahrrad mit dem Kauf.